Musik Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Halo 4 Live Commentary und wir werden jetzt gleich das Champions Bundle spielen, der neu ist der 20.8er und ist gerade released und wir haben hier Map-Auswahl, auf jeden Fall Pitfall, finde ich schon mal sehr gut aber es ist jetzt die Frage, ob wir den neuen Modus Ricochet, der quasi Football ist, spielen wollen oder Catch the Flag, komm wir nehmen aber Ricochet Kommt jetzt nicht dran, Catch the Flag, auch nice, egal, wir spielen das jetzt einfach mal und ja, ich hab Bock, ich hab jetzt seit 4 Wochen fast gar nicht gezockt, 4 Wochen kein Halo gespielt und so und ja, ich hab schon ein bisschen rumgebastelt, ich hab meine Klassen, ein paar neue Beer-Skins und so ich hab mir direkt das ganze Champions Bundle gekauft, weil, mein Gott, 800 Microsoft Points, 10 Euro und dann krieg ich ganz viel neuen Scheiß, neue Skins, neue Rüstung, bla bla, zwei neue Maps und so ich find das so voll okay, also da gibt's echt Schlimmeres und ich hätte auch 800 Microsoft Points für die beiden Maps allein schon bezahlt und ich hab mir gedacht, komm, kaufst hier alles und, mein Gott, zwei neue Rüstung und so, ja, ganz nett auch wenn ich sie kaum tragen werde, weil ich mag Sex-Fan bin, seit erster Stunde und, äh, ja, Pitfall, yeah, bam, meine BR-Klasse hier, direkt mal zack reinhauen, Standard-BR-Klasse, zack, zack, zack gehen wir direkt mal zum Rocket, oh, nice, verschiert hier ich muss gestehen, ich hab vorhin schon mal eine Runde gespielt, aber da waren irgendwie drei von vier Leuten AFK, deswegen war das da nicht ganz so spannend wir haben jetzt mal den Rocket, also ich bin, wie gesagt, nicht eingespielt, wirklich so, gar nicht und hoffe, dass das jetzt hier alles klappt ey, 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 Junge Go it, 20 Game-Ascore mhm, interessant oh, man wollte sich keine Snipe, Leute, hallo mhm, mhm wo sind denn die Gegner? there is one hallo? danke ich hol mir mal eben deren Snipe und dann guck ich mal, dass ich deren Carrier krieg oder unsere Team-Mates haben den schon, auch gut fuck ja, man merkt, Aim ist noch nicht ganz perfekt, aber okay so na so, also ich treffe mit dem Snipe gerade mal gar nichts mhm, mhm mhm, mhm man, man, man hier, Kines, hallo geht ja manchmal gar nichts hier hu boah, ich hab ihn noch gekriegt, aber das hab ich jetzt voll erschreckt erschreckt erschrocken, dass er da so hoch, äh joa, ne sich so hochgezogen hat, ne so ich bin mein Snipe, hallo Sniper, hallo hier ja, da oh, fuck go away everybody just go away so ähm bla 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 komm da ist doch wohl noch einer komm hö hö oder auch nicht aber hier im Green ist einer kannst du auch gern hier lang kommen danke oh, der hatte Mark V interessant die alle irgendwie anscheinend nicht aufs Radar gucken das find ich auch mal wieder sehr mysteriös komm interesting so, der kommt jetzt hier na, na oder da so irgendjemand hallo ah so anybody so oh god oh god rocket ja hat er den ja, sehr schön guter teammate okay äh fuck ähm es gab ja auch in der Zeit, in der ich jetzt nicht da war und Halo 4 kaum verfolgt hab und alles gab's ja wohl auch ein Title-Update ich nehm jetzt einfach mal die Flag ähm was das genau gebracht hat, weiß ich nicht ich hab irgendwas von Descoping äh gelesen und so ich weiß nicht, ob's das war vielleicht ist es das vielleicht noch nicht und ähm ach ja, genau das weiß ich es gibt auf jeden Fall ein paar neue Armor-Mods und so von wegen Recharging und so ähm also ein paar neue Perks ja Abilities und und Gedöns also wenn wir neue Armor-Abilities wirklich gemacht hätten yeah bis Gott ähm wär das echt scheiße gewesen hätte ich nicht gut gefunden aber so, mein Gott fuck nein, nein ich hab falsch gestrusted oh kacke egal wir haben eine Flag reingebracht ist auch okay wo schießt der denn hin hallo okay weiter wow ah Gott die sind gerade alle hier bei uns Leute kommt jetzt mal hier ja komm hol den dir hol den dir hol den dir hol den zu spät geschossen Jungen ah ne ich versuche den mal direkt abzufangen hier sehr schön ich raste heute nicht so gut nein komm der ist doch One-Shot finish in einer los 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 man 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 äh haben die schon wieder unsere Flag Leute das One-Shot den halte ich mich jetzt aber gerade mal nicht auf knappt ihn euch fuck den haben wir uns nicht geholt ärgerlich ärgerlich komm 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 stirb doch mal hallo mit der Air und Jetpack hallo ich glaube nicht die feine englische Art hier ich fail gerade die ganzen kommen da nicht hoch so was machen wir jetzt hier ähm sorry teammate das war irgendwie so ein so ein fail quickscope so kurz nachladen das ging gefällt mir übrigens gut so um mal darauf zu kommen und Pitch spielt sich bisher auch gut also sehr schön gefällt mir naja wenn ich nur halt treffen würde dann wäre es halt noch viel besser also spielt sich recht schnell muss ich sagen gerade irgendwie alles hier super hat eine tolle Geschwindigkeit und so actionreich schön gut klasse gefällt mir okay teammate du bringst mal die Flag rein und ich ja treffe den Typen wieder nicht sehr ärgerlich egal get your back man fuck mit dem Rocket scheiße ärgerlich ich habe gerade Spaß wieder mal hier ein bisschen na schön schön ja lustig komm nehmen wir mal die Shotgun mit scheiß drauf okay es gibt es 5 gut dass ich das jetzt auch inzwischen weiß Sword Room Leute Leute bei Sword so komm YOLO sind wir mal YOLO Modus oh Gott sind wir mal gewagt und holen uns hier das Snipe und die Shotgun egal egal machen wir mal machen wir mal einen Auf-Draufgänger so und gehen jetzt hier über die Flanke schön rein und gucken mal was denn hier so abgeht mhm mhm komm her komm doch okay den haben wir sehr schön der scheint tot zu sein hoffe ich jetzt einfach mal enemy where are gute Antwort kommst du hier lang ja du bist dumm so komm her und du auch oh schön ja hier mit den oh Gott wie heißen die nochmal ähm Dings ne genau Explosionsfässern äh Alter ich weiß es gerade echt nicht mehr Mensch 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 schon wieder vier Wochen reichen um viel zu vergessen come on go 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 out of my way ja komm fühlst dich super smart ne ist aber tot so ähm so zurück zum Alltagsgeschäft und Flagge holen und so so gucken wir mal gehen wir mal hier auf den Snipe Tower schauen wir mal was wir da so reichen können hier sind gerade anscheinend alle wieder mal bei uns drüben okay einer ist gequittet aber who cares so das war noch ein Double schön nice shit go 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 body damn it töte ihn doch okay jetzt holt die Flag und dann ist alles gut warum spawnt jetzt eigentlich hier das Snipe gerade das finde ich irgendwie seltsam so so ähm äh toll afk menschen So, schön, komm, die Flagg jetzt reinbringen, machen wir jetzt. Zieh mal den Schlussstrich, Leute, zieh mal den Schlussstrich. Los, los. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. He's in danger. Hier ist irgendwo ein Gegner gewesen. Hallo? Jungchen, hör auf mich anzuschießen. Okay, das hätten wir auch, das hätten wir auch. Los, 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 holen wir gleich noch die letzte Flagg und dann ist doch gut hier. Ist der so simpel? Hm. Goddammit. Den hätten wir, komm, los. Ja, komm, mach den Sack zu, Jung. Ist gut. Ich glaube, du kannst hier auf jeden Fall pushen, komm, mach mal. Macht er, macht er, ja, macht er, guter Mann. Guter Mann, guter Mann, oh fuck. So, komm, bring ich's da halt rein. Hm, 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 hm. Juhu. Boom. Ja. Ähm, schöne Runde. Erste Runde auf Pit für mich hier, äh, Pitfall. Halo 4. Dafür, dass ich so lange eigentlich kaum Halo gespielt hab, fand ich's eigentlich schon ganz gut. Also, klar, ich hab mit dem Snipe gefällt wie sonst was, aber ich hatte ein paar Massaker und so. War okay, so, gehen wir mal rausgucken, nochmal die Stats kurz. 26,6. Ich meine, es kann sich sehen lassen, ne. Dreimal Killing Spree, was war mein höchstes Massaker? 7. Könnte deutlich schlechter sein. Ne, 590 Punkte, ne, Bester und so. Ist, denk ich mal, schon okay. Naja, gut, das soll's gewesen sein, äh, für dieses Live-Commentary. Ich werd's vielleicht noch ein, zwei machen, aber... Wird jetzt erstmal, wird die eins noch am anderen machen und jetzt nicht in der Session, weil... Das ist einfacher zum Hochladen für mich. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Was seid ihr vom Champions-Bundle und von Pitfall und, äh, überhaupt, ne. Auch dem Titel-Update und den neuen, ähm, Abilities und so. Könnt ihr mal in die Comments klatschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau-sinn! Tschau-sinn! Tschau-sinn!